Hier präsentieren wir dir die 5 beste Suppenkeller Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Kartax Suppenkelle aus hochwertigem Edelstahl. Kartax nützliche Suppen und Salzenkelle, mit der Sie bei Familienfeiern, Geburtstagsfeiern und Großvatersnamenstag köstliche Suppen präsentieren können. Das robuste Design und der bequeme Griff machen das Servieren für die Gäste bequem, und die Größe erleichtert die Zubereitung der Mahlzeiten. Das Besteck eignet sich für den Einsatz in Haushalten, Restaurants, Kantinen und Bars. Das Produkt ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, der hygienisch und leicht zu reinigen ist und Flecken und Fingerabdrücken widersteht. Wenn wir die Kelle auch mal tagsüber in der Küche benutzen, muss das Material robust und langlebig sein. Das Produkt hat gute mechanische Eigenschaften und ist stoß-, kratz- und reibungsfest. Nummer 4. CHG 3387-00 Serviertkelle mit Knick 25 cm Länge Diese Suppenkelle weicht etwas von den typischen Ausführungen ab. Durch den Knick kann die Kelle einfach an den Rand einer Schüssel oder eines Topfes gehängt werden. Die Suppe kann auch am Tisch serviert werden, während die Kelle auf dem Topf verbleibt. Die eigentliche Kelle ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Rösele Haken Schöpflöffel, hochwertige Schöpfkelle mit Hakengriff. Diese Suppenkelle aus rostfreiem Stahl kann 230 cm Suppe aus dem Kessel entnehmen. Außerdem verfügt die Kelle über einen Schüttrand, der ein Verschütten verhindert. Die Kelle ist außerdem spülmaschinenfest und kann mit Hilfe des Haken bei Bedarf optimal geöffnet werden. Einzigartig an der Suppenkelle ist die kontinuierliche Fertigung, die eine hohe Stabilität und Hygiene garantiert. Nr. 2. Westmark Suppenkelle Schöpflöffel 28.562.270 Dieser Suppenschöpfe besteht aus Kunststoff und ist daher unglaublich haltbar und kratzfest. Mit dieser Schöpfkelle können Sie 100 ml Suppe oder etwas Vergleichbares aus dem Topf entnehmen. Die Suppenkelle hat außerdem eine Antihaftbeschichtung und ist spülmaschinenfest. Das bedeutet, dass sich die Reinigung weitgehend von selbst vollzieht. Dank der Aufhängeschlaufe können Sie sie platzsparend aufbewahren. Und die Nummer 1 unserer Liste. WMF Schöpflöffel 30 cm Profi plus Chromagan Edelstahl rostfrei teilmatiert. Diese hochwertige Suppenkelle ist 30 cm lang, besteht aus rostfreiem Chromagan Stahl und fast 150 ml. Sie können die Schöpfkelle neben Ihrem Herd aufhängen und haben sie dank der praktischen Öse am Griff immer griffbereit. Die Kelle ist außerdem spülmaschinenfest und rostfrei, was die Reinigung noch einfacher macht.